okay aus die taschenlampe ich habe mich gerade über meinen eigenen über meine eigene stimme erschrocken ich hab's gewusst ja jetzt habe ich schon wieder mit zwei zu tun hau ab allein der wort das ist mir jetzt gerade beim nachdenken ja beim nachdenken ich hab's richtig gehört aufgefallen allein der wort allein die wortwahl jetzt ist der zombie tot der zombie ist tot ich meine leute irgendwas ist läuft da doch falsch oder bei der bei dem wort so wo geht das hotel kommen wir gehen einfach mal hoch ich moin was soll uns aufhalten außer ein paar million zombies vielleicht geht das vielleicht ist das hier ja auch kürzer doch scheint kürzer zu sein mann ich hasse diesen diese fetten fiecher geh sterben geh sterben geh sterben geh sterben der ist tot 14 energy drink können wir gut gebrochen was haben wir hier eine klammer du klammer hier können wir nicht rein oder ist ein auto da ist ein auto ach hier wieder ach hier sind wir da fällt mir ein ist nicht wahr ne jetzt müssen wir jetzt müssen wir ihn umbringen tja er ist tot damit hätte sich das kapitel auch abgeschlossen das wollte ich nämlich gucken weil logischerweise hätte eigentlich alkohol muss er ja tot gewesen sein oder ein zombie gewesen sein den wir töten mussten ja genau da ist nix und das habe ich auch muss denn hier oh doch nicht ich dachte das habe ich auch schon durchsucht ja wahrscheinlich kommt das immer wieder das geld also egal wie oft man hier ist die sachen kommen immer wieder finde ich ganz nice und ich muss kurz husten so wie ich sagte ich muss kurz husten oh der ist noch stärker so ich würde sagen den rest fahren wir mal mit dem auto wenn das geht überhaupt meine fresse was geht denn ab ey ich habe das autofahren verloren das geht mir anscheinend nicht nur bei ähm need for speed so dass ich kein autofahren mehr fahren kann sondern wie es aussieht auch hier oh hinter mir ist eine horde von zombies gewesen ach das ist hier unten beim links bei der station bei der krankenstation bei der krankenstation wow 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 komm mach auf hallo ich dachte das seien die gleichen autos gewesen also das mit dem ich her gefahren bin und das andere so oh poor son of a bitch i thought he'd make it guess i was wrong thanks anyway i appreciate the help guuuuut quest abgeschlossen so wir gehen jetzt erstmal ein paar sachen verscherbeln Energie ist sogar voll ich glaube unsere Energie regeneriert sich mit der zeit hab ich so das hab ich so den eindruck das eindrückchen gut verkaufen will ich was und zwar kriegst du die drogen den elektroschrott kriegst du oh das könnte man alles wahrscheinlich im laufe der zeit noch gebrauchen nahrungsmittel konserven ach da ja da können wir zu dem typen da hingehen schmerztabletten brauchen wir auch keine fünf zwei reichen strahlroute verbände zehnmal wasser scheiß auf das nein das wasser da ja gut einmal verband hab noch kurz ghostet denn vom ganzen denn die ganzen das ganze gerede geht doch schon ein bisschen auf die stimme ne und vor allem weil ich auch ne um einiges tiefere stimme hab so hier oben ist noch was wie es so aussieht oder hab ich mich da jetzt getäuscht oh nice satellitenschlüssel was ist das schwerer schraubenschlüssel benötigt nimm mir mit meiner ja komm heul nicht rum du kriegst gleich ein paar energy drinks und dann geht es hier wieder gut so ich wollte eigentlich an die werkbank gehen ach so da sorry ähm zuverlässiger schraubenschlüssel reparieren ja dann graden wir nochmal was ab strafender hammer äh ganz kurz ganz kurz 80 boah der macht aber Schaden der macht damage so 103 wow nice so jetzt wählen wir die nächste quest aus ähm ja ja das machen wir ach moment moment hätt ich beinahe vergessen ich hatte es unserem guten rapper ja versprochen den wir hier spielen so so hier du brauchtest Benzin ne genau haha anstatt dass er die Leichen einfach irgendwie an den Strand bringt oder sowas darf ich jetzt losfahren und ihn benzin holen ey ernsthaft ich muss mir mal mein verdammtes ernsthaft angewöhnen äh nein nicht abgewöhnen warum sollte ich ältere Hinweise im Menü Extras aufrufen ich weiß ja warum ich das holen muss das kommt weil ich diese Quest schon mal gespielt hab also nachdem ich diese Quest gespielt hab ist das Spiel komplett blind also mehrere mehr Quests hab ich so weit noch nicht gemacht ja das war jetzt irgendwie voll unnötig aua aha ey das ist meine Scheibe kaputt gemacht Arschloch ähm ja also einige dieser Quests waren auch schon blind ich glaube die ähm ja die letzte Quest die wir eben gemacht haben war blind diese Quest ist ja wie ich schon sagte diese Quest ist halt die letzte Quest die nicht mehr blind ist so ich würd sagen wir sind da quasi die letzte Quest die unblind ist hey hey you go over to the door give me a sec open it okay hey hallo ich bin der Christopher was gibt's kann ich mit dir reden nein kann ich mit dir reden what you want gas sorry the pumps ain't working power's out and the generator's in the warehouse next door unfortunately the front entrance is blocked yeah maybe there's another way in see try the roof that might work head out the back so they don't see you and take some canisters with yo once you get in turn on the power and refuel those canisters now that we're here we're not moving anywhere it's too friggin dangerous out there okay ihr geht nirgendwo mehr hin ahja leere kanister haben wir hier ne truhe in ne schaufel so komm geh doch aus dem weg hier können wir uns energy drinks kaufen ich würde uns von mir röcheln oh mein so wo geht's hier hin ach du warst das ja der ist down aber sowas von hm was haben wir hier schweres rostiges rohr und hier wo geht es hier links ach hier ist es hier geht es quasi wieder raus da gehe ich besser nicht rein hier irgendwas drin ne ok komm mach zu die tür what warum hab ich zwei fackeln äh flaggen naja egal so klettern wir hier mal hoch toll ne halbe stunde ist schon um dann war's das bald ah ne ich glaub eine mission hatte ich hier noch ja eine mission habe ich noch gemacht äh eine quest ich weiß allerdings nicht mehr welche das war und warte das war der abgegradete nie warte 85 103 hätte ich mal komplett heil machen sollen vorher so Leute let's go scheiße jetzt haben wir schon stärkere Waffen also von daher dürfte das nicht mehr so ein großes Problem sein den zu besiegen allerdings sehe ich gerade relativ großes Problem so Y für Raser waaat das geht ja einfach wenn man Raserrei hat lol krasse scheiße oh noch einer ok euch hab ich nicht mit ihr sollt trotzdem dauern und du auch das war ja wohl nice gerade immer noch einer das gibt's doch nicht so Strom zuvor ein ich glaube jetzt brauchen wir doch brauchen wir ich wollte gerade sagen ich glaube jetzt brauchen wir die Taschenlampe nicht mehr aber das stimmt ja gar nicht so eben hier den Balken weg tun und auf geht die Tür auf geht es die Drehstufe